Ein Mercedes-Benz E 63 AMG steht hier zum Verkauf. Der weiße Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 33.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem, Dachrailing und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine satte Leistung von 557 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 10,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF, 2020